Der Bin-El-Ridan ist wohl der bekannteste Stausee außerhalb unseres Heimatkontinentes Europa. Mit seiner Lage im Atlasgebirge, einer atemberaubenden Landschaft, seinem roten Gestein, einer mächtigen Größe von fast 3000 Hektar je nach Wasserstand und den zahlreichen wilden Karpfen, die mächtige Größen erreichen, hat der See schon früher oft für Schlagzeilen gesorgt und etliche Hunter dazu bewegt, die Reise nach Marokko anzutreten. Fänge von namhaften Anglern haben immer wieder für Furore gesorgt und auch ich selber habe einige Freunde, die schon vor Ort waren und sie haben mich allesamt begeistert mit ihren Erzählungen und Geschichten und natürlich ihren Fängen und Bildern. Doch die letzten Jahre ist der See in Vergessenheit geraten. Es gab keine deutschen Angler mehr, die über Trips an Bin-El-Ridan berichteten, was vielleicht auch damit zusammenhing, dass es offiziell keinen deutschen Ansprechpartner mehr gab und außerdem kamen Gerüchte auf, dass die ganzen großen Fische von Fischern abgefischt worden seien oder einfach verschwunden sind. Das hat sicherlich auch viele Angler abgeschreckt und somit hat sich die letzten Jahre eine große Ruhe über diesen mächtigen See gelegt. Dieses Jahr soll sich das aber ändern, denn die Jungs von Marokko Carp haben Aaron Rutz als deutschen Ansprechpartner und Guide an Bord geholt und somit wollten wir die Chance nutzen und uns selber ein Bild machen, was aktuell die Situation ist und was es mit der Magie Marokkos und dem BEO auf sich hat. Diese Geschichte beginnt ca. einen Monat vor dem eigentlichen Trip, mit dem ersten Kontakt zu Aaron. Ich habe mich erkundigt, wie die Lage aktuell ist bezüglich den Fischen und der allgemeinen Lage und ein interessantes Telefonat ergab einige wirklich interessante Informationen. Der See ist nach wie vor sehr gut besucht, aber nicht mehr von deutschen Anglern, meinte Aaron. Die englischen und französischen Karpfenangler sind stark vertreten und buchen die meisten Trips an diesen Stausee. Außerdem würden auch regelmäßig wieder richtig große Karpfen gefangen werden, was sich schon mal super anhörte. Außerdem sei die Lage sonst nach wie vor unverändert und der Service sei wirklich erste Klasse. Das hörte sich wirklich interessant an und somit war nach kurzer Zeit klar, dass ich dem Ganzen auf die Spur gehen möchte. Wenige Stunden und ein paar Tastaturschläge später waren die Flüge gebucht, was heutzutage einfach mega easy geht. Und der Vorgang wird von den Jungs vor Ort nochmals vereinfacht, denn man hat zwei Flughäfen zur Auswahl, nämlich Marrakesch und Casablanca. Ebenso schnell war auch die Buchung für das Marokko-Guiding erledigt. Und da möchte ich kurz schon mal den Service von Marokko Carp beleuchten. Man bucht vor Ort einen All-Inclusive-Trip. Das heißt, im Preis inbegriffen sind die Abholung von einem der beiden Flughäfen, eine Übernachtung im Hotel am An- und Abreisetag, natürlich die Angelerlaubnis, die Verpflegung für den jeweiligen Zeitraum und das ganze Equipment, was man benötigt, sprich Zelte, Routen, Banksticks, Kescher, Boote und zusätzlich noch ein Guide, der nach einem schaut, das Essen vorbeibringt und beim Ab- und Aufbau hilft. Nach der Buchung habe ich mich nochmal mit Aaron kurz geschlossen und eine Checkliste erhalten, die wirklich wichtig ist, um keine unnötigen Sachen mitzuschleppen, aber auch keine Essentials zu vergessen. Denn das Klima und das Gewässer in Marokko sind doch ein wenig anders als bei uns in der Heimat und da hilft diese Checkliste enorm. Also, gesagt, getan. Die vier Wochen vergingen wie im Fluge und ich habe noch letzte Bestellungen wie Beulis und Kleinkram erledigt, meine Sachen anhand der Liste gepackt und bin dann an Flughafen gefahren. Und dort beginnt das Abenteuer erst richtig. Ja, schönen guten Morgen. Ihr habt es gesehen, ich bin am Flughafen angekommen, habe gerade das Aufgabe-Gepäck abgegeben und jetzt geht es dann Richtung Gate-Sicherheits-Check. Der dauert sicher ein bisschen länger mit dem Kamera-Equipment und dann geht es auch ins Flugzeug und ab nach Marrakesch. Ich bin auf jeden Fall schon mega gespannt und wir sehen uns dann vor Ort wieder.